Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das ist eine Invasion Lassen Sie mich nicht allein Die werden schnell rausfinden, dass wir hier oben sind Das schaffen wir nicht, oder? Wir denken von Block zu Block Sind das Terroristen? Nein, es ist zu taktisch Öffnen Sie niemandem die Tür Gehen Sie nicht auf die Straße Das Militär richtet Evakuierungspunkte ein Hier ist es nicht mehr länger sicher Es wird schlimmer Wir müssen weiter Du legst den Finger an den Abzug Und schießt, um zu töten Da draußen ist eine Armee, die wahllos Leute umbringt Wach auf, wach auf Wir müssen jetzt hier weg Ich war beim Militär, ich war ein Marine Danke, dass du mir hilfst Wir haben die Blut umgestattet Ich befolge nur Befehle Ich bin ein Soldat Du bist kein Soldat Ich habe viele Dinge getan, auf die ich nicht stolz bin Wir kommen hier raus Ich bin ein Soldat